Ich denke gar nicht so viel dran. Ich versuche einfach Spaß zu haben. Mir macht es einfach Spaß, jeden Tag ins Training zu gehen. Und das ist die Hauptsache eigentlich. Und da bleibe ich das ein bisschen im Hinterkopf. Ich will natürlich so hoch wie möglich gedroftet werden. Das ist natürlich mein Ziel. Ich muss sagen, aber ich bin ein anderer Typ als Leon. Also klar finde ich es eine riesengroße Ehre für mich, wenn man mich mit so einem guten Spieler vergleicht. Aber ich bin einfach ein anderer Typ und ich versuche mich auf meinen Weg zu fokussieren. Ich versuche meine Dinge zu machen, meine Sachen zu machen. Aber trotzdem eine sehr, sehr große Ehre für mich.